Warte, jetzt werden richtig Haare zerfickt. Oder bei How to Smoke Ass Hair. Nein! 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 Es lag doch schon drin! Ja, sein Herzliches Willkommen, schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute wieder grandios, Level-Profista, unter 10%, heute komplette Rasur, gemeinsam mit Schmaris und Schmeko. Was geht ab? Jojo, was geht, Alexe? Dies ist eine vorproduzierte Folge, weshalb Deko sein Sound heute wieder muy kacko ist. Ist auch das letzte Mal. Naja, gut, bei Deko weiß man nie. XT. Astolama, preis muchachos, herzlich willkommen und auf geht's. Wir haben hier von Guilherme eine 30-Minuten-Challenge und jetzt werden richtig Haare fickt. Das war ein schön weggeballert, auch geil. Absolut gut. Ich finde es immer geil, sobald die Losers neue Technology haben, Digga, sie wird einfach mega inflationär benutzt. Wer ist dieses inflationär? Man kennt ihn nicht. Ja, aber ich freue mich auch schon drauf, diese Technik demnächst inflationär zu benutzen. Inflationär benutzt zu können, ja. Ja, das wird geil. Aber auch dieses Bieten finde ich geil, ja. Aber ich, also das war gerade so legend, weil... Schimmel-Schimp-Poteste drin, aber was du davor gesagt hast, nicht, ey. Es war schon... Ehrlich? Also es war schon, äh, war schon ziemlich geil, der, der Joke. Und das Geilte war... Nein! Deko, Deko wusste nicht, äh, dass, dass er den Joke macht und deswegen war er so gut. Nee, nee, nee. Warte, jetzt werden richtig Haare zerfickt. Ganz genau. Achso, du meinst, war ich zerfickt? Ja, ja, ja! Okay, aber ich hab ja auch schon ausgefiltert. Ja, okay. Ich weiß jetzt nicht, was unbedingt besser ist. Aber stimmt, ja, okay, doch, du hast recht. Ja, eigentlich, natürlich, äh... Ah, gut, Chatsos, ja, geil, dass ihr wieder einschaltet und auch, äh, einen wunderschönen Hakuna-Mein-Tata an die höchstwahrscheinlich drei, vier Leute, die vielleicht sich doch hierher verirrt haben. Schön, dass ihr da seid und, äh, ja, wahrscheinlich seid ihr schon längst wieder weg. Nach dem Start hier schon wieder. Ehe geht raus. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Oder, äh, Hallöchen, Autoplay. Bei, äh, bei, äh, bei der Person... Hallo, labert mich doch nicht voll, ich muss mich konzentrieren! Bei der Person, der sich gerade... Ich, ich, ich frag mich gerade, wenn Autoplay, äh, unsere Videos vorgeschlagen werden, was für, was für ein Trash-Content musst du uns sich da bitte davor gegeben haben? Eure Vorschläge bitte in die Kommentare. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie hart der Algorithmus bei YouTube so ist. Also ich meine, bei, bei TikTok und so, klar, weil bei TikTok kriegst du ja richtig viel ähnlichen Kram da angezeigt. Und wenn du uns bei TikTok vorgeschlagen kriegst, dann würd ich mir schon Gedanken machen. Aber bei YouTube... Ah! Keine Ahnung, wahrscheinlich sowas wie... Erde, schwarzes Loch, eingesogen, Plasma-Neutronen, äh, Zerstörung der Erde und so'n Scheiß. Also ich glaub, da sind wir dann. Oder, 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 oder bei how to smoke, äh, 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 ass hair. Beruhigt euch und... So. Ja, warte. Und... Hallo, lerne vom Besten, hallo, ey, das dauert wieder so zu lange. Warte so und... Huah! Uuuuh! Hast du das gesehen? Nein, die war dagegen, ey. Oh mein Gott, das war ziemlich knapp hier. Ey, das war schmuf von mir, Digga, das war schmufestens. Oh mein Gott, war das geil, ey. Wie hast du das jetzt gemacht? Langsam. Ja. Langsam und geil. Hm, oh ja. Langsam. Bleiben wir bei langsam. Ja, aber das war schon ziemlich schmuf. Digga, das ist richtig einfach gewesen, ne. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich dachte schon, da wäre noch ein Speed versteckt. Ja, erster Punkt, First Drive, wo seid ihr? Hallo. Hallo, hallo. Oh, fuck. Alter. Okay. Okay, ich hab Angst. Okay, da ist schon jemand. Hallo. Darf ich sie, äh, besuchen? Hallo? Kükük. Wir haben Angst vor die große Speed. Hallo. Weißt du, wie du das jetzt geschafft hast? Fickte Pumskanäle, Alter. Du hast nämlich, du hast nämlich die Augen geöffnet. Weißt du, so. Plupp. Plupp. Kannst du zumachen. Mit Augen auf ist es doch easy. Stimmt, mit Augen auf ist es einfacher. Hui. So, einfach. Aris, du bleibst du. Augen auf machen aber, ne. Warte wieder. Augen auf machen, Aris. Aris, mach die Augen auf. Dann kriegst du hin. Drück H. Jo. Clean. Digga, sagen wir doch, ja. Bucht uns, Alter, in so einer WhatsApp-Gruppenpaket. Hallo. Okay, dann können wir jetzt nicht weiterfahren, ne. Du hast jetzt hier einen Weitsprung. Zwei Sprünge, genau. Okay, let's go. Was willst du jetzt noch? Kacke, jetzt verarscht mich nicht. Let's go. Jetzt macht er keine Schleiße, Aris. Let's go, let's go. Hey, hey. Ne, nein, ne. Ah. Hat er nochmal verkackt? Ne, aber fast. Alter, Digga, mach mich nicht verrückt, hier, Bruder. Schönen gerade fahren, Aris. Schönen gerade fahren. Gerade fahren ist sicher. Go. Go. Gerade fahren ist meistens das Problem, meinst du. Bei mir nicht. Kriegt das, sag ich, recht gut hin. Brom, brom. Hallo. Okay, let's go. Weiter geht's. Partypiegel. Gebt mir geile Web, gebt mir ins Gesicht. Hallo. Auf geht's. Oh yeah, das wird geil. Aber ich brauche jetzt so langsam einen Transformer. Oh, das war aber hier schon knapp. Und jetzt? Oh fuck, nach links. Oh mein Gott, ich wollte gerade eine Koralle machen. Das ist ja eine richtige Scheißkarte. Fahrt nicht in. Mach keine Koralle in der Tube. Alter, ich rutsche hier nicht zur Seite. Ich fahr jetzt auch in die Tube. Wo bist du? Ja, fahr nach ganz oben. Keine Koralle. Hm? Hm? Alter, Wadden. Ah, ist hier. Ah, okay. Ja, ist hier. Alter, Lachs ey. Und ich fahr hier raus. Zieh, Nerd. Ich hoffe, Ares kommt jetzt nicht. Nee. Machen wir, dass du die Augen auf hast? Drück Haar. Mach die Augen auf. Ach so, ja, stimmt. Shit, Bruder. Augen sind auf. Ja, hast du ein Glück, dass du es so weit geschafft hast. Digga, ist doch Skill, oder? Dass ich alles mit Augen zugeschafft habe, Bruder. Hier eine extra Runde. Noch eine extra Runde. Und raus. Okay, haben wir. Was ist los? War all right, wechsel mit der Karre. Noi. Hm. Ich glaube, hast du mal, der ist jetzt zu spät geflickt, Junge. Digga, hast du halt kackt? Nein. Ich hab verkackt. Ey. Ich hab eins, aber es war nicht schwierig. Oh. Also ich weiß, du hast es noch nicht geschafft, aber es ist echt einfach. Habt ihr Bock auf Motorradleicht? Ja, gerne. Ähm, erhält sich in Grenzen. Okay, geil. Okay. So, mit Augen auf. Diesmal schaffe ich den Wechsel. Bisschen früher raus. Ja. Schmoov. Als kann jetzt den Endspeed der Karre gerade unterschät... Oh, unterschätzt. Ja, und da kommt Aris auch. Fahr weiter. Die fährt schon, die fährt schon echt zügig, die Karre. Oh, nein. Okay. Hey, let's go! Speed! Wo ist mein Speed? Ah! 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 Nein! Nein! It failed! Ah! Was ist da passiert? Hallo? Oh. Das grenzt sie, ja. Huiiii! Jawoll! Na, wuuu! Okay, was sind wir denn jetzt? Alter, jetzt kommt... Roller! Wir sind jetzt ein Faggio! Faggio! Nice! Aber Faggio ist fort. Okay, let's go! Jawoll! Oh, ich glaube, jetzt kommt hier, ähm... Die Slide-Technik. Ja. Oh, und man kann so rübercruisen. Ich würde sagen, wir machen die Slide-Technik, oder? Was? Was willst du machen? Ich mach die Slide-Technik. Ich bin so rübergekommen, aber wir machen das, äh... Achso, du war... Ah, du meinst... Oh, wir jetzt hier den machen, oder? Hör! Hallo? Ja, er will den Hipster, aber... Oh, oh... Aber... Ja, es geht. Aber ich soll scheiß spawnen. Wieso? Weil ich so weit vorne spawne, dass ich nicht rüberkomme. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. So, und dann so, und dann so, ne? Okay, ja. Ich hab Tatsache mit der Faggio und den Hipster. Das war jetzt nicht so das Problem. Oh, okay, ich bin zu weit unten, da müsst ihr aufpassen. Mit der kann man ruhig ein bisschen weit oben sein. Guck mal, aber ich weiß nicht, wo ich spawne, Junge. Ja, du hast hier den Speed, labe nicht voll, Alter. Mach so, so, Ding Dong. Alter. Ey, fick dich, Mann! Siehst du schon? Oh! Er sieht immer so gängel aus und dann... Nein! Ganz am Ende nicht. Nice. Ey, es war so knapp. Es war so todesknapp, ey. Digga, ich schaff das jetzt gleich. Der King, er kommt langsam. Warte, warte. Der King ist da, der King ist da. Oh! King Böwe! Ja, Bruder! Wuhu! Digga, das hat aber einen ordentlichen Sprung gemacht, ey. Digga, wir haben meine haarigen Eier in... ...gürtel Arschloch. Der Gürtel Arschloch. Bitte zwei davon. Kreuzgürtel Arschloch. Ey! Ich hätte einfach meine Technik machen müssen. Die absolute Imba-Technik. Oh, Alter, es kommt jetzt ein Gleit. Der Punkt da in der Luft oder ist da eine Straße? Ich sag das schon mal, ne? Der Luft ist in der Punkt, ja, nicht vergessen. Der Luft ist in der Punkt. Der Luft ist echt in der Punkt! Äh, äh, äh. Nee, ist er doch nicht. Der Luft ist nicht in der Punkt. Entwarnung. Hu! Ey, ey! Wuuui! First Try! Okay. Jetzt warte ich auf euch. Ich kick den Hipster eigentlich recht oft hin, aber ich komme nie hoch genug. Oh. Ja. Ich sag mal so, ne? Der muss halt auch schon ordentlich das Gerät in der Tasche haben, um hier hochzukommen. Halt deine Fresse, du dreckiger Hu**! Oh, jetzt. Oh, das ist ein guter, oder? Hu! Oh. Oh. Uuuuh! Kann das? Uh. Ihr sagt ja auch, wie das macht, dass ihr hoch genug kommt. Seid ihr da flach oder wie macht ihr das? Ich bin so, wie ich gezwaldet bin. Ja, also ich hatte auch ganz am Anfang ganz viele Probleme und dann plötzlich nicht mehr. Ich kann dir nicht sagen, warum ich dann nicht mehr entmounted bin. Ich habe irgendwas wahrscheinlich anders gemacht. Ich habe keine Ahnung was. Ja, ich entmounte nicht. Ich komme nicht hoch. Ach so. Hä? Ja, dann sei weiter oben. Ich bin auf jeden Fall weiter oben gewesen. Mach nicht flach wie eine Flunder. Okay. Danke. Das ist doch mal eine Info. Damit kann ich arbeiten. Ich versuch's nämlich die ganze Zeit. Da bin ich, da bin ich nämlich immer entmounted bei dem Trollen. Ja. Alter, mega. Mangel ist ja richtig zellig. Was war was denn? Ey, das war ein Feuerwerk. Feuer, Junge. Waiting for me. Waiting for you. Diese Map hat übrigens 8%. Und ist eine Asian Carcour. Und da ist er, da ist er. Und ich halte ihn auf. Uuuuuh! Feuerball, Digger. Nice. Ey. Ritz. Ey, 3 Punkte für Gryffindor. Auf jeden Fall, ey. Wobei, du bist Ravenclaw. Ne, du bist Hufflepuff. Du bist Hufflepuff. Brrra. Weiter geht's. Ey, Jungs, Ritz gegen Hufflepuff, ja? War ein geiler Stunt, Bro? Die coolsten. Ich weiß immer noch nicht, wie was die stehen. Oh, fuck. Und... Ist das richtig? Oh, nein! Nein! Alter, war das close, ey. Alter, Schwede, war das geil. Okay, Halt, Schaub. Was da passiert? Oh, nein, oh, nein. Oh, ja, oh, ja. Brrra! Nein! Nein! Ich lag doch schon drin, ey! Oh, Junge, ey. Ich hasse die Jugendschafts, weil sie mich hassen, ey. Oh, nein, ein bisschen mehr noch. Shit, ey. Ist er drin? Glaubst du dich da, aber hallo, ey. Oh, der Junge ist drin, ey. Chilli, mach ich's auch. Wir sind uns da im Ziel, Freunde. Oh, so ist er, ja? So ist er, okay? Digga, acht Stunden warten wir. Digga, nee. Deswegen warte ich ja hier. Nee, er soll nicht warten, er soll nicht warten. Wir machen ihn fertig jetzt. Komm her, komm her. Ich soll nicht warten? Doch, ich warte dir. Okay, ich bin oben auf dem Tube auf der Zweiten. So, mach wie du willst, easy. So, hallo. Alter, ist mir scheißegal. Hat er den Punkt? Waiting for me. Waiting for you. Alter. Aber da war wirklich einfach. Du musst nur ein bisschen mehr als 90 Grad oben rausspringen, Deko. Ein bisschen mehr, Fullspeed. Ja, den ersten hab ich ja geschafft, den zweiten machen wir. Und steinborten. Musst du einfach mit Skill machen. Dann klappt das auch. Oh, Shots feiert. Hast du das gehört, Deko? Hast du das gehört, ey? Oh, er ist drin, er ist drin. Nummer eins und Nummer zwei schafft er auch. Oh, hat er, 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 hat er. Skill und so, hallo. Ciao. Alles, hä, du musst doch nur in Holland fahren. Was ist los mit dir, Bro? Oh, ja. Oh, yeah. Oh, yeah. Hello. Ich will nicht vergessen, die Augen aufzumachen. Äh, Augen, Augen sind auf, ja. Augen auf beim Frauenkauf. Oh mein Gott. Okay, hab ich nicht gesagt. Oh mein Gott. Hab ich nicht, äh, damit hab ich nichts zu tun. Ich, äh, ja, hallo. Uff. Uff. Okay. Oh, die Karre hat aber wirklich schon ein bisschen, ein bisschen Wumms. Gefällt mir. Naja, die End, also die Endgeschwindigkeit ist gut. Ja, dann fah, oh nein. Ich muss ein bisschen abbremsen, weil einer von euch wird eh verkacken. Ich wusste es, äh. Nein! Ihr seid solche Hodenknödel, Alter. Du hast verkackt, du Lappen, Alter. Hä? Was willst du Hodenknödel? Hör doch. Piss dich, ey. So, das ist hier ein Nerd. Wir sind zu einem Ziel. Ey, das ist der immer vor wie ein Sport. So schafft es halt Eiskalt keiner, ne? Oh nein. Oh. Oh, oh, war das clean, Bruder, Digga. Das war super clean. Und all eyes on Aris und all eyes on Aris und all eyes on Aris und all eyes on Aris. Oh, 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 oh. Leider nicht. Das war knapp. Knappe Kiste. Aber das Ergebnis zählt und oh, er hat es. Dann kann es ja weitergehen. Ja, da. Ja, da. Marvin, der Pfeil sagt andersrum. Echt? Ja. Schau mir den Pfeil nochmal an. Wo ist der Pfeil? Der ist da oben in der Mitte. Ah, den seh ich nicht mehr. Echt? Shit, ey. Hast du mich jetzt getrollt? Ah, shit, okay, ja. Ich hab recht. Ich will nur nicht, dass du, dass er mit irgendwie achtfach fahren musst oder so. Das ist zu wütig. Okay. Digga, also Flip ist mit der Karre echt scheiße, weil die zu wenig Grip hat für das, was sie wiegt. Yes. Fühl ich. Oh, da ist Aris. Hallo, Popo Aris. Hallo. Nein. Ich kann auch noch weiter fahren. Ich kann auch noch weiter fahren. Nein. Mhm. So. Und. Nein. Ja. Wir fahren. Let's go. Okay. Let's go. Ich hab gesehen, was da kommt. Dieser Chuckle. Oh fuck. Uh. Ja, haben wir. Und. Let's go. Weiter geht's. Ich fahr direkt weiter. Ist das in Ordnung? Ha. Ha. Augen auf, Aris. Aber nur den Gleit. Ach du Scheiße, da. Nein, 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 nein. Die Möwe mit dem. Nein, 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 nein. Digga, was das für ein Todesgleit. Ja. 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 First Try, Digga. First Try. First Try. Macht das nach, Alter. Macht. Das. Nach. Ich fahr mir hier heute so eine Grütze zu haben. Alter, wie schmuv, Junge. Ey, also man muss schon sagen, Digga ist besser geworden. Mhm. So, jetzt komm ich auch gleich zum Gleit. Okay, dann respawn, ne? Komm mal raus. Wo bist du da hin? Äh, in die Kugelskugel. Ey, was das hier für eine Scheiße ist, ja? Okay. Genau in die Mitte von den vier Dingern. Mhm. Okay. Ja, was machst du da unten? Ja, versuch nur umzukommen. Ach so. Ich bin da in den Punkt noch reingegleidet. Oh. Und schafft das für das Try? Jo. First Try. Alter Schwede, Respekt. Danke. An Aris, Digga. Respekt, Brudi. Boop. Boots. Oh. Ähm. Ja. Okay, sollten wir hier... Sollen wir hier Speed up speeden? Oh ja, geht gut. Am Spawnhaus geht's gut. Speed up speeden? Oh ja, geht wirklich gut, ja. Mhm, mhm. Oh, oh. Das ist ekelig. Das ist ekelig. Oh ja, mach mal schön den gerade Lachs. Hallo, lass mich weg hier. Hui. Okay, Bruder, First Try. Gerade Lachs. Halt. Digga, du brauchst halt die Speed, ey. Scheiße. Okay, First Try, der gerade Lachs. Huah. Oh, oh, hab ich mich gerettet? Äh. Party People? Hallo? Party People in der Haus? Achtung! Na gut aus. Komm, respawn. Ja, ich bin weg, Bruder. Ich bin weg. Nein, 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 nein. Oh, nein. Next. Warte. Und ich fahr zurück. Ah, die Augen aufmachen, ne? So, die Augen sind auf. Jetzt ist ja ja verkackt. Ja, ey, ich hab mich gerade richtig positioniert. YOLO! Komm, fahr du als nächstes. Ohhhh. 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 Nee, scheiße. Der war, der war schön schmuf. Äh. Okay, warte. Oh mein Gott. Huah. Oh. Oh. Oh, das müssen wir jetzt noch so häufig machen, ey. Scheiße. Und... Muss man springen oder kann man langsam... Okay, du könntest langsam fahren. Ein bisschen Speed wollen wir aber haben. Und, äh... Huah. Und ich fahr weiter und... Ja! Oh, Leck in the Popo! Ich hab's wieder nicht. Okay. Okay. Gleit darf man immer wieder direkt machen, ne? Bis 20. Er kommt. 20 von 27, Leute. Es geht los. Okay, let's go. Es geht los. Ja, geil. Danke, Aris. Ja, krass. Ja, krass. Ich spiel wieder. Oh. Müssen wir hier irgendwie weitergehen? Oh, ja. Oh, oh, oh. Wahrscheinlich da oben, oder? Wohl. Alter, Digga! Wie kann der Groller an Höhe gewinnen? Ha, ha, ha! Fahrstuhl, Digga! Richtig Fahrstuhl! Richtig Fahrstuhl! Richtig Fahrstuhl! Richtig Fahrstuhl! Richtig Möwen-Fahrstuhl hier! Jetzt hier First-Try rein, Olga! Yeah! Haben wir! Ey, was?! Ich war zu weit oben, ey! Wie nicht First-Try, Alter! Wie nicht First-Try, Alter! Wie nicht First-Try! Ich mach hier die Möwen-Airline. 9-Euro-Ticket, ja? Gibt's jetzt auch im Flugzeug. Ah, du machst eine Runde, oder? Ja! Okay, wo ist der? Klappt nicht, Digga! Er ist voll easy gewesen. Dass ihr jetzt hier so schmale Dinger First-Try macht, gefühlt, ne? Das ist unglaublich. Ja. Du musst einfach nur geradeaus fahren. Was habt ihr gefrühstückt? Das war aber auch nicht irgendwie eng mit dem Reifen, oder? Das war nicht runtergerutscht, ähm, so bums. Das war mal gefrühstückt, oder? Ich bin mal echt entspannt. Okay, Mann! Digga, kurz vorm Ende! Ich hab richtig gemerkt, so! Nein! Oh, Alter! Das, die Kurve war ein bisschen zu blöd. Komm ich noch runter? Oh! Oh, ich seh dich! 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 Da ist er! Aber ohne Explosion diesmal, Marvin. Das war alles ganz schön. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Punkte für Gryffindor gesammelt. M-H-W! Ja! M-H-W! 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 Sieht man das, wie man so langsam rüberschaut? Ja! Ey! M-H-W! 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 Na, komm, ich schon wieder los! Okay, Ares kommt! Na ficken! M-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Später! Aber jetzt müssen wir erstmal hier fertig arbeiten! Jetzt geht´s los, jetzt geht´s los, jetzt geht´s. Ey, ich hab auch irgendwie so einen kleinen Rechts-Drei, muss ich sagen, hier, ne? Nein, Deko, nein! Warum rutsch ich da rüber? Ey, ist klar, man, beim letzten dann, oder was? Oh nein, alle weg hier mit euch, ihr kleinen Lappens, ey. Nein, nein! Ey, fahr doch! Ey, du Blumerde! Ey, dieser komische Rechts-Drei, ne? Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das ist, wenn du die scheiß Bretter darüber orgelst. Fahr doch! Komm schon, Baby, komm schon! Ey! Nein! Was für ein Scheiß, Mann! Erzähl dir doch keinen! Ich bin doch drauf hier! Ja! Ey! Fahr, Deko, ich muss schnell abhauen! Los! Nein, warum?! Ey! Ey! Er fährt nach vorne, und dann fährt er wieder zurück! Ey! Ja, weil ich mich ausrichten, musst du Ficklacken, Malta! Ey! Der Aris muss doch sowieso noch einen Extrasprung schaffen! War mega unnötig, dass du dich so eidelt hast, ey! Dafür hab ich es geschafft! Ein Profi ist hier, ein Profi ist hier! Okay, Aris einmal nach hinten, fahren heißt, dann nach vorne, ne? Danke für diese universelle Sprache! Ja! Ach! Hau ab! Ey! Was?! Was?! Nein! Verpiss dich! Verpiss dich! Verpiss dich! Richtig, richtig, richtig! Lass auf Marvin treuen! Nein, nein, nein! Ich muss weg! Ich muss hin! Nein! Nein! Okay, er treut sich einfach an der Eisgrenze selber, ne? Okay, machen wir die Augen auf! Jetzt wird Marvin gefickt! Zieh an, Nerds! Nein! 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 Ey, ihr seid solche Arschare! Ihr seid solche Arschare! Oh, ja! Jetzt fahren sie weiter! Okay, fahren wir weiter! Mit einer kleinen Spirale hier! Ciao Marvin! Was stimmt mit dir? Oh, schon wieder! Oh, was wird das hier? Oh, was wird, was? Äh, hallo? Oh! Was, äh... Was haben sie? Nein! Nein! Okay, aber das ist interessant! Kriegt man einen... Marvin, komm her! Ja! Ja, ja, ja! On my way, Brüder! Warte mal hin, ne da! Uh! Uh! Jetzt komm ich auf! Oh, ja! Was haben sie da unten? Habt ihr da irgendwas? Kriegt! Ah! Oh, ja! Perfekt! Oh, richtig eingeorgelt, ey! Oh, ja! Okay, äh... Wo... Reingeorgelt? Okay, ne, ne, ne! Daneben! Oh... Es war ne Stupen, Marvin! Noch weiter nach oben springen? Okay! Aber der... Ey, diese... Dieses Himmelsrohr hier ist geil! Es gefällt mir! Oh, ja! Wow! Alter! Huah! Huah! Haha! Los, fahr! Los! Windschatten, Brüder! Ey, ich bin echt heiß, Luchaccio! Link dazu zum selber zocken in der Beschreibung! Oh, ey, ich bin echt heiß, Luchaccio! Oh, fuck! Oh, oh! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Wohu! Ey, das ist mit dir verkehrt! Ja, ich hatte vielleicht etwas Windschatten! Nein! Nein! Ich war drüben schon, Alter! Und der Scheißkarre trotzdem rausgerutscht! Okay! Ähm, ja, das war's dann noch, ne? Letzter Punkt dir! Ja? Ja! Ja, stimmt! Oh, er fährt und rutscht, Digga! Er fährt und rutscht! Ey! Die Karre ist einfach scheiße! Die ist zu schwer! Schade eigentlich! Ey! Ansonsten finde ich, die fährt sich echt nicht schlecht! Aber die ist einfach ein bisschen zu schwer! Na, musst du mit ein bisschen Grundspeed da so rüberorgeln, ne? Leider! Ja! Hab' ich! Oh, wer ist hinter mir? Ich hab's auch! Uh! Richtig! Sweet, 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 sweet! Oh! Oh! Los! Oh! Oh! Ich hab' verkackt! Oh! Ich hab' den Punkt oben auf der Plattform nicht! Was? Echt? Ich bin eiskalt gerade vorbei geflogen! Ob die kann ich nicht mehr da hin, alter! Oh! Ja, Digga, dann, eh, fahr' ich rein, ne? Willst du mich hier mal in die Hüfte stoßen? Ach, okay, mach' ich! Fahr' ich auch reinfahren? Wann' ich fahr' schnell rein! Ach, ist's da! Ja, du musst ja auch noch. Ich denke, jetzt würde ich einen MG-Flip schaffen, ey. Nein, Aris, nein. Was machst du denn da? Ja. Ich hab dich gesehen. Also, was können wir sagen? Geile Karre. Aber ein bisschen schwerfällig. Coole Map. Die Map war echt nice. Die Map war nice, ja. Man braucht aber schon einen gewissen Skill. Gerade so diesen Hipster-Slide. Gerade mit der Fagio. Oder die Glides auch. Die Glides, ja. Da waren schon knackige Sachen dabei. Jeremy, ne? 46 Minuten. Ich hoffe, du hast Spaß beim Schneiden. Ja, Küsschen geht raus, Jeremy. Die Muchachos bedanken sich. Ich hoffe, du hast wieder was Geiles geschmiedet. Da ist Deko durch. Und ja. Okay, Aris, nein. Machen wir uns ein bisschen spannend. Alles, ja. Das hast du den Punkt nicht eingesammelt, das ist geile. Wir haben uns dann vorbeige... Fullspeedet, ey. Also, Bescheidung abchecken. Daumen nach oben. Bis dann. Reingehauen. Ciao, ciao. Muchachos. Bis dann.